Jo Leute was geht ab? Herzlich Willkommen auf meinem Channel. Danke für mal fürs Einschalten und heute gibt es einen Full Day of Eating. Ich zeige euch ein bisschen was ich heute esse den ganzen Tag. Eigentlich esse ich wirklich noch zwei Mahlzeiten, zwei große Mahlzeiten. Ich befinde mich momentan in einer Diät. Ich esse um die 2600 Kalorien. Die Werte, alles was ich esse, werde ich euch einblenden. Und ja, ich habe mir halt so vorgenommen, dass ich wirklich im Moment esse ich halt wirklich noch zwei Mahlzeiten. Aber ich zeige euch das gleich alles. Ich bereite mir jetzt gleich mein Frühstück vor. Und ja, let's go! So aus diesen Zutaten werde ich lecker French Toast zaubern. Ich bedanke an mein Bruder Juan, der mich ein bisschen motiviert hat French Toast zu machen. Jo, das wird die erste Mahlzeit des Tages. Ein bisschen French Toast. Wie gesagt, ich bereite mal alles vor. Und dann seht ihr das Resultat. So. Let's go! Also wie gesagt, wird das jetzt meine erste Mahlzeit sein. Jetzt momentan in der Diät mache ich eigentlich Intermittent Fasting. Also ich teile mir eigentlich meine Mahlzeiten in zwei große Mahlzeiten ein. Das hat halt den Vorteil, da ich... Ich esse gerne viel. Ich esse gerne große Mahlzeiten und kalorienweiche Mahlzeiten. Und so schaue ich jetzt, dass ich zum Beispiel diese Portion hier essen kann. Die hat fast 100 Gramm Proteine. Das heißt, bis zum Abend bin ich safe. Und ja. Das heißt, es wird nicht so ein langer Frühday of Eating, aber kurz und schmerzlos. Der Plan ist jetzt, dass ich was esse. Ich schneide noch an meinen Videos fertig. Arbeite noch an meiner Website. Da kommt auch noch was auf euch zu. Da ich ja meine Personal Training Webseite gerade erstelle. Und ja. Wahrscheinlich geht es nachher ins Training. Da nehme ich euch natürlich wie immer mit. So. En Guete. Wir sehen uns später wieder im Gym. So. Jetzt sind wir angekommen. Heute gibt es für euch Beine. Und ja. Ich zeige euch mal mein Beintraining. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also Training ist fast fertig. Heute Beine wirklich kaputt gemacht. Sehr vorbildlich, der Junge. Sehr gut, Herr. Du hast es gut. Los ist gut. Dres Mal. Dres Mal. Dres Mal. Länger. Verschluss. So Leute, Training ist fertig. Wir gehen jetzt was fetzen. YouTuber. YouTuber. Peace out. Hidrin richts nach Kelly. Ja, ja. Lass. Lass. Na ja, das ist... Jörg Freund endlich zuhause angekommen. Ja. Ich habe heute außerhalb gegessen. Aber ich habe trotzdem geschaut, dass es einigermaßen im Rahmen ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Hidrin richts nach Kelly. Ja, ja.